Im Ring ein Killer, privat eine Königin. Killer Queen Susi Kentikian. Beim Bild-Fotoshooting zeigte sich die Weltmeisterin im Fliegengewicht von einer ganz anderen Seite. Weiblich, sinnlich und extrem sexy. Styling für mich ist eigentlich sehr wichtig. Außerhalb des Ringes natürlich bin ich auch so Frau und ziehe mich auch dementsprechend an. Und es macht mir auch sehr viel Spaß, mich dann zu schminken und auch mich vernünftig anzuziehen, nicht immer in Sportklamotten. Susi Kentikian ist derzeit Deutschlands beste Profiboxerin. 16 ihrer 27 Kämpfe gewann sie durch K.O. Trotzdem möchte die 23-Jährige keineswegs als aggressiv oder brutal gelten. Ich bin privat eben ein ganz normales, einfaches Mädchen und im Ring dann habe ich die Aufgabe, jemanden zu schlagen. Und da sieht das eben halt ein bisschen brutaler aus. Aber außerhalb des Ringes bin ich ein ganz angenehmer Mensch. Am 26. März verteidigt Susi Kentikian ihren WM-Titel gegen die Mexikanerin Anna Arasola live auf Bild.de. Doch das ist kein Anlass für die Kentikian, jetzt schon große Sprüche zu klopfen. Ich bin so eher der Typ, der im Ring dann die Leistung bringt. Einerseits ist das natürlich clever, aber irgendwie bin ich nicht so der Typ dafür. Außer man provoziert mich. Klar, dann habe ich natürlich auch eine Zunge und sage dann natürlich was zurück. Vor ihrem großen Kampf bei der Bild.de Boxnacht hat die gebürtige Arminierin noch eine Botschaft an ihre Fans. Ich möchte zu meinen Fans sagen, dass sie auf jeden Fall dabei sein müssen. Sie müssen mich unterstützen. Ich werde auf jeden Fall sie nicht enttäuschen, werde alles geben und eine super Leistung dann zeigen. Also auf jeden Fall dabei sein und mir ganz fest die Daumen drücken. Susi Kentikian gegen Anna Arasola am 26. März live und exklusiv nur bei Bild.de